Ich bin Special Agent John Hartley, FBI. Ich bin euch schon lange auf der Spur. In jeder Stadt, bei jedem Coup. Jetzt, da ihr markiert wurdet, mit Red Notice, gehört ihr zu den meistgesuchten Verbrechern der Welt. Und ich bin der Einzige, der euch schnappen kann. Woher haben Sie die Jacke? Ist ein echter Hingucker. Irgendwo läuft jetzt eine sehr nackte Kuh rum und flüstert, was wäre... Wollen Sie sich erstmal umsehen oder suchen Sie etwas Bestimmtes? Sie sind verhaftet. Oh mein Gott, das ist der falsche Moment. Sie wollen mich verhaften? Verhaften Sie mich. Ich will nur das Ei. Sollen Sie es einfach mal. Hilf mir, sie zu fangen, dann helfe ich dir. Teamwork. Team, Team, Team. Das kommt mir echt schwer über die Lippen. Willkommen, Jungs. Wie läuft's denn so mit Ihrem Komplizen? Wir sind Blutsbrüder. Wir sind keine Blutsbrüder. So, bis auf, Brüder? Wir sind überhaupt keine Brüder. Wir beide wissen doch, dass die ganze Sache so enden wird, dass Sie Handschellen tragen. Versprechungen. Versprechungen. Bye-bye, Agent John Hartley. 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 Untertitelung des ZDF, 2020